Hallo, wie geht's dir denn? Guck mal, wer da ist, der Karl. Du hast heute Morgen ein Vorstellungsgespräch gehabt bei ihm und bist nicht hingegangen. Warum? Na? Wir haben da gestern drüber geredet, Papa. Ich möchte diesen Ausbildungsplatz nicht. Ich hab mir den Arsch aufgerissen, damit du einen Termin bekommst. Du gehst jetzt zu ihm, entschuldigst dich und fragst nach einem zweiten Termin oder einer zweiten Chance. Jetzt! Nein, aber lass ihn doch! Wie nein? Mach ich nicht! Ich möchte... Ich will dir mal ein Beispiel an deiner Zwischwester. Die hat eine Wohnung, die hat einen Job. Ja, geh du, nur. Die hat einen Job, die macht was aus ihrem Leben. Und der feine Herr! Der feine Herr! Papa! Das abnehmen, mach ich nicht! Wo willst du denn abhängen? Was willst du denn machen mit dem Typ von deiner scheiß Kricker? Ingo! Das sind Verlierer und Loser sind das. Ich seh doch, was die den ganzen Tag machen, gar nichts machen. Die hängen an ihren scheiß Autos rumschrauben rum, die Motor hochjagen bis zum Gehtnichtmehr. Die Nachbarn beschweren sich schon. Bist du so irgendwie wie die? Ja, weißt du was? Du kannst nicht mal, ja? Ja, was? Du kannst genauso gut verschwinden, ey. Tschüss! René, jetzt warte doch mal! Hallo! Mann, was willst du denn noch? Sorry, ich wollte dich nicht so anmachen, aber er macht mich so sauer. Ja, ich weiß, Papa kann manchmal echt gemein sein, aber der meint es bestimmt nicht so. Natürlich meint er das so. Ganz ehrlich, ich kann es ihm nie recht machen, ja? Ich will auch, dass er stolz auf mich ist, ja? Aber ich bekomme es schon nicht. Ich habe eine Idee, warte mal ab. Was denn? Ja, wirst du schon noch sehen. Wenn ich das durchziehe, dann rafft er. Ich habe auch was drauf, ja? Mach dir keine Sorgen, kleine Schwester. Ich bekomme mein Liebchen auf die Reihe. Ja, meine Schwester. Du bist gerade mal drei Minuten älter als ich. Die entscheidenden drei Minuten. Okay, du weißt aber, dass du mal auf mich zählen kannst, oder? Du auch auf mich. Danke. Komm her. Ciao. René betont ja immer, dass er der Ältere ist. Aber ich habe mich schon immer verantwortlich für ihn gefühlt. Und das, was Papa macht, das geht echt gar nicht. Und ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch mit angucke. Nach dem heftigen Streit ist René auch in den frühen Morgenstunden noch immer nicht nach Hause gekommen. Jana macht vor Sorge kein Auge zu und hofft, dass die Familie nicht endgültig auseinanderbricht. Bist denn du noch wach? Es ist fünf Uhr morgens. Geht rein ins Bett, Mensch. Na ja, du kannst gut schlafen. Ja, es geht. Hast du, hast du schon mal gesehen, dass René noch nicht da ist? Was? Nee, ich habe gerade ein anderes Problem. Was, was denn mit dir passiert? Ich war noch Tennis spielen. Ich musste ein paar Bälle schlagen, damit ich meine Wut, meine Afflitionen loswerde. Ich meine weiß, das schon hauen. Natürlich weiß ich auch nicht. Ich war ja gestern dabei. Weißt du, das war eine schreckliche Szene. Du hast ihn praktisch aus dem Haus gejagt. Ja, immer ich. Wie immer. Immer ich. Ja. Der muss doch mal erwachsen werden. Der braucht einen Job. Verstehst du? Ja, da wird er sein. Schlüssel wahrscheinlich vergessen. Danke. Na. Das ist er nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Reimann, du darfst da vielleicht kurz rein. Ja, da wer ist es? Ja, das ist die Polizei. Guten Morgen, Herr Reimann. Hallo. Guten Morgen, Herr Reimann. Hey. Hallo. Was ist denn passiert? Können wir uns vielleicht kurz setzen? Nee, wir wollen stehen bleiben. Sagen Sie doch einfach, was passiert ist. Gut. Also, Ihr Sohn René ist gestern Nacht bei einem illegalen Autorennen mitgefahren. Was habe ich gesagt? Hat er sich mit seinen Leuten getroffen, mit seiner bescheuerten Clique? Die haben ein paar Autos geschrottet und ich oder wir können das wieder bezahlen. Na, wie hoch ist denn der Sachschal? Lass ihn doch bitte ausreden. Die Sache ist die, bei diesem illegalen Autorennen ist Ihr Sohn mit seinem Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Und so leid es mir tut, Ihr Sohn ist dabei leider tödlich verunglückt. Was? Schiff! Tut mir leid. Jana! Jana! Frau Reimann. Jana! Bereit? Hey, soll ich schon ein Glas Wasser holen? Ich wusste, dass ich... Drei Tage später wird Renés Clique von der Polizei verhört. Die Familie will um jeden Preis herausfinden, wie es zu dem schrecklichen Unglück kommen konnte und hat Rechtsanwalt Ralf Vogel beauftragt, sie zu vertreten. Wieso dauert denn das so lange hier? Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass die das waren, dass die meinen Sohn auch ein Gewissen haben. Ja, Reimann, aber es muss jetzt erst mal jeder vernommen werden und das dauert seine Zeit. Und bisher wissen wir ja nicht viel. Das einste, was wir wissen, ist, dass als René von der Straße abgekommen ist, ja ein Rennen gegen eine weiße oder helle Corvette gefahren ist. Und was mit diesem scheiß Mike, diesem Klickenboster, der fährt doch genau so ein Ding, der muss es ja dann gewesen sein. Natürlich ist das ziemlich auffällig, aber wir müssen das ja beweisen können. Und bisher haben wir nur diesen Zeugen, der ausgesagt hat, dass der Fahrer der Corvette nach dem Unfall weggefahren ist. Aber es war an dem Abend dunkel und er konnte den Fahrer nicht erkennen. Wir müssen also hoffen, dass irgendetwas bei diesem Verhör für uns rausbringt. Was soll das jetzt? Die dürfen doch wohl nicht einfach so gehen. Das ist wohl ein Scherz, oder? Das geht doch nicht. Das sind doch die Mörder meines Sohnes, ihr Mörder. Es tut mir so leid, ich... Halt die Fresse, Jenny. Man muss sich gar nichts leid tun. Er hat sich selber um den Baum gewickelt, das ist immer Pech. Dann haben wir nichts zu tun. Und jetzt gehen wir. Du! Ingo. Das bringt doch nichts. Unfassbar, diese Jungs. Was ist denn bei der Befragung herausgekommen? Naja, die Zeugen haben weder das Kennzeichen der Corvette noch den Fahrer eindeutig identifizieren können. Und die Klickenmitglieder geben sich alle gegenseitig ein Alibi. Aber die haben einen Bruder am Hord und sie müssen doch irgendwas tun können. Der Unfallwagen ihres Bruders, der ist ja noch in der Untersuchung. Und wir erhoffen uns davon weitere Hinweise. Aber bis jetzt können wir keinen fremdverschulden nachweisen. Es tut mir leid. Schönen Tag noch. Dankeschön. Und jetzt, was machen wir jetzt? Die traumatischen Ereignisse der letzten Tage haben der ganzen Familie arg zugesetzt. Insbesondere Ingo will den Tod an seinem einzigen Sohn nicht ungesünd lassen. Ich kann ja die Polizei diese scheiß Kerle da laufen lassen, die meinen geliebten Sohn auf dem Gewissen haben. Sag mal, bin ich hier gerade im falschen Film? Deinen geliebten Sohn? Was ist denn mit dir los, Mensch? Was mit mir los ist? Seitdem René gestorben ist, laberst du in ein Natur davon, was du doch für einen lieben, netten Sohn hattest. Vorher hast du ihn doch auch nur fertig gemacht. Wie scheinheitlich bist du denn? Denkst du, ich habe deinem Bruder gesagt, dass er diese Rennen fahren soll? Der war 20, der hat doch gemacht, was er wollte. Er wollte immer nur, dass du stolz auf ihn bist. Aber du hast ihn nur angekackt. Glaubst du denn nicht, dass es mir jeden einzelnen Tag was ausmacht, dass ich mit René im Streit auseinandergegangen bin und er sich da totgefahren hat? Du hast ihn aus dem Haus gejagt und genau deswegen bist du auch mit Schuld an seinem Tod. Ich hasse dich dafür. Tina, Tina, warte doch mal. Nein, lass mich. Nein. Wie kannst du dir sowas sagen? Das bricht mir echtes Herz, dass Tina jetzt auch noch ihren Vater für Renés Tod mitverantwortlich macht. Mein Gott, ja, sie ist wütend. Ich verstehe ja ihre Wut auch. Aber, Gott, wir müssen doch alle zusammentrauern. Wir vermissen René doch alle. Vielleicht wird es ja besser, wenn die Clique dann verurteilt wird. Am nächsten Tag macht der engagierte Anwalt sein Versprechen wahr und ermittelt auf eigene Fausten. Ralf Vogel hofft, Clique-Mitglied Kevin Berg in seiner Kfz-Werkstatt anzutreffen und zu einer Aussage zu bewegen. Ach, schönen guten Tag, Herr. Danke. Der Rechtsanwalt Vogel, Sie erinnern sich vielleicht noch an mich. Ich bin der Rechtsanwalt der Familie Reimann. Das sind die Eltern ihres Freundes René, der durch ihre dummen Spielchen ums Leben geführt hat. Wie sollen diese Anspielungen jetzt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ach, Frau Dietz, schön, dass Sie das auch beehren. Vielleicht haben Sie einen Funkenanstand im Leib und sagen mir, was an diesem Tatarm passiert ist. Frau Dietz, Ihr Freund René, der ist tot. Der wird nicht wiederkommen. Verstehen Sie das überhaupt? Jetzt machen Sie den Mund auf. Genau, René wollte das. Ich meine, ich weiß nicht, was er damit anwesend ist. Ja, erzählen wir mal. Ich weiß nicht, was er damit anwesend ist. Au! Herr Fischer, Sie haben ja gerade noch gefehlt hier. Was wollen Sie denn hier überhaupt? Das kann ich Ihnen sagen. Ich will antworten. Ich will wissen, was an diesem Tatarm passiert ist. Und ich bin mir sicher, dass Sie ganz genau wissen, was passiert ist. Okay, was habe ich mit dem Tod von René zu tun? Ich meine, der kann einfach kein Auto fahren. Nein. Wisst ihr was? Herr Fischer, die Zeugen. Wir haben gesehen, dass René an dem Tatabend gegen eine helle Corvette gefahren ist. Es ging ein Fahrzeug genau wie Ihres. Ich bin aber nicht der Einzige in Berlin, der eine helle Corvette fährt. Das wäre schon ein merkwürdiger Zufall. Jetzt rücken Sie raus, meine Sprache. Und sagen Sie die Wahrheit. Sie haben vielleicht ein Strafverfahren zu befürchten wegen gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Aber die Eltern von René, die haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Zu erfahren, warum ihr Sohn sterben musste. Hey Mike, Mann. Ich weiß nicht. Vielleicht sagen wir doch. Alter, halt die Fresse einfach. Ihr haltet alle die Fresse. Sollen das hier Einschüchterungsversuche sein? Sagen Sie, was Sie zu sagen haben. Ich habe nichts zu sagen. Sie vielleicht, Frau Dietz. Nochmal. Nein? Gut, wenn Sie sich anders überlegen, dann haben Sie meine Karte. Ja, die Karte können Sie sich, ne? Sie können uns gar nichts. Wir wissen von nichts. Die Warnungshoch. Beim Ufa waren wir auch nicht dabei. Verleih sich doch mal anders überlegen hier. Äh, ganz schnell die Finger bitte weg. Nehmen Sie die Karre. Schönen Tag noch. Das ist, glaubt, dieser Paare Grafenfutz hier eigentlich wer ist. Meine Jungs und ich halten zusammen. Da brauchen wir gar nicht an die Karre pissen. Jana und Ingo können nicht fassen, dass ihr Sohn bei einem illegalen Autorennen ums Leben gekommen ist. Fünf Tage nach dem furchtbaren Unfall hat die Kriminalpolizei erneut schlechte Nachrichten für das Ehepaar. Schönen guten Tag, Familie Reimann, Tillmanns, Kollegin Schneider. Hallo, grüß Sie. So, Herr Reimann, wir hätten gerne mal Ihr Auto gesehen, bitte. Äh, wieso das denn? Weil der Herr Oliver Buß, eines der Klickenmitglieder, den Sie für den Tod Ihres Sohnes verantwortlich machen, absichtlich angefahren wurde. Und da liegt's ja allzu nahe, anzunehmen, dass eventuell Sie was damit zu tun haben, aus Rache vielleicht. Und deswegen würde ich Sie bitten, zeigen Sie uns mal bitte Ihr Fahrzeug. Ich hab da kein Problem mit. Ich hab nichts zu verbergen. Ingo führt die Beamten zu seiner Garage. Kriminalkommissar Harry Tillmanns inspiziert das Fahrzeug und macht eine schockierende Entdeckung. Schneider, komm mal her. Guck mal her. Oh, ich spun sich schon, würde ich sagen. Jo. Wie? Herr Reimann? Was denn? Was denn? Komm rein, mal so. Na, guck's dich mal Ihr Wagen an. Das sind ja nun eindeutig frische Kratzer. Und das sind ja nun da auch Blutspuren. Also gestern war das noch nicht da. Damit hab ich nichts zu tun. Ich war doch nicht jemanden extra übern Haufen Mensch. Ja, Herr Buß hat uns das aber ganz anders erzählt. Seiner Aussage nach hat das Fahrzeug voll auf ihn zugehalten. Und wenn er nicht zur Seite gesprungen wäre, dann hätte es ihn voll erwischt. So liegt er immerhin noch mit einem Beinbruch im Krankenhaus. Also, wissen Sie, mein Mann macht sowas nicht. Das gibt es nicht. Also, Herr Reimann, für mich sieht es nach einem klaren Fall von Selbstjustiz aus. Ich nehme Sie jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, vielleicht sogar wegen des Versuchs eines Tötungsdelikts mit aufs Revier. Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie mit. Ja, Herr Langsler. Festgenommen? Es bleibt überhaupt nichts erspart. Was soll das? Du hast nichts getan. Nein, ich hab damit nichts zu tun. Weißt du, ich ruf gleich unseren Anwalt an. Mach dir keine Sorgen. Okay? Eine Stunde später soll Ingo auf der Wache offiziell vernommen werden. Rechtsanwalt Ralf Vogel hat sich umgehend auf den Weg zum Präsidium gemacht, um seinen Mandanten vorab selbst zu den harten Anschuldigungen zu befragen. Ich hab ja schon ein bisschen was gehört. Aber eins muss ich sagen, Herr Reimann, wenn ich Sie hier adäquat verteidigen soll, dann müssen Sie mir wirklich die Wahrheit sagen. Und vor allem muss ich wissen, wie kommt es dazu, dass an Ihrem Fahrzeug Blut und Kratzspuren gefunden worden sind? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war zu Hause und ich hab Fernsehen geschaut, Fußball geguckt, sonst gar nichts. Gut. Und das kann Ihre Ehefrau bezeugen? Ja, ich war gestern mit einer Freundin zusammen unterwegs. Gut. Wer hat denn noch Zugang zu Ihren Fahrzeugschlüsseln? Ihre Tochter vielleicht? Tina? Ach was, die hat doch nicht mal einen Führerschein. Selbst wenn Sie einen Führerschein, hätten wir Sie noch niemals in der Lage, so was zu machen. Da will mir ja jemand was in die Schuhe schieben, was anhängen. Das ist gar nicht so unrecht vielleicht, Herr Reimann. Wissen Sie was? Ich hab doch mit dieser Autoklicke mich unterhalten. Und da hatte ich das Gefühl, dass dieser Oliver mir eigentlich irgendwas sagen wollte. Vielleicht hat Mike mit dieser Aktion ihm einen Deckzirgel verpassen wollen einfach nur. Ja, ich mein, so könnte es gewesen sein. Vielleicht war es wirklich so. Und der hat dann das Auto genommen und will mir das annehmen. Ja, und als Automechaniker könnt ihr ja ohne weiteres Ihr Fahrzeug kurzschließen und es danach wieder zurückstellen. Wenn dieser Mike, wenn der diese Aktion unternommen hat, dann hat er alle eingeschüchtert. Die werden jetzt nicht mehr freiwillig aussagen. Ja, natürlich. Das könnte ein Problem darstellen. Deshalb warten wir erst mal ab, was uns die Untersuchung von dem Fahrzeug sagt. Ich hab ein bisschen Druck gemacht bei der Polizei und mir wurde deshalb zugesagt, dass wir spätestens morgen die Ergebnisse von der Fahrzeuguntersuchung haben. Und dann bekommen Sie auch die Sachen von René zurück. Oh, René, so. Glauben Sie mir, ich werde trotzdem noch mal zur Clique gehen und diese Auto-Jungs fragen und da ein bisschen bohren. Und vielleicht fällt dir doch einer um und wir fahren irgendetwas. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vogel. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mike hinter dem Anschlag steckt. Sein Kumpel Oliver wollte reden und so hat er ihn mundtot gemacht. Und das Ganze hat dann auch meinem Mandanten in die Schuhe geschoben. Ja, so hat er zwei Fliegen mit einer Klappe erwischt. Auf Drängen des Anwalts wird Ingo aus der Untersuchungshaft entlassen. Am nächsten Tag begleitet Ralf Vogel seine Mandanten erneut zur Wache. Denn Katja Sammer hat die kriminaltechnische Untersuchung von Renés Unfallwagen abgeschlossen und seine persönlichen Gegenstände freigegeben. Mein herzliches Beileid. Das muss jetzt alles sehr schwer für Sie sein. Okay. Dankeschön. Dies sind die Sachen, die wir im Unfallwagen gefunden haben. Ich finde das Handy. Einer seiner, seiner Kämpfers. Okay. Er riecht sogar noch nach René. Ich komme. Was ist jetzt bei den kriminaltechnischen Untersuchungen im Ergebnis herausgekommen? Also die Untersuchungen haben zwar etwas länger gedauert, aber dafür ist das Ergebnis jetzt eindeutig. Die Bremsschläuche wurden durchtrennt. Die Bremsschläuche wurden durchtrennt. Was? Was war? Das heißt also, es handelt sich um einen Mord und nicht um einen Unfall, richtig? Wir gehen letztendlich davon aus, dass die defekten Bremsen zum Unfall geführt haben. Also, ja. Das waren diese, das waren die Freunde von, von René, diese Pseudo-Freunde, die, diese, diese Clique, diese Scheiß-Mörder. Ingo. Wir müssen das Tina beibringen. Was? René ermordet. Wir müssen das Tina beibringen. Tina ist unsere Doktor. Oh Gott. Ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ingo. Ich will das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Dann war es also doch ein Mord und kein Unfall. Es ist ja schon schlimm genug, wenn Eltern ihr Kind verlieren. Aber dann auch zu wissen, dass es ermordet worden ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich werde alles daran setzen, den Mörder zu finden. Das habe ich meiner Mandantschaft versprochen. Die Ermittlungsergebnisse der Polizei haben das Ehepaar Reimann tief erschüttert. Am Nachmittag versucht Jana, ihrer Tochter schonend beizubringen, dass ihr Zwillingsbruder ermordet wurde. Also Tina, ich wollte es dir jetzt eigentlich nicht so direkt sagen, weil es fällt mir wirklich schwer. Jetzt so ein kleines, was wir gerade erfahren haben. Das war kein Unfall. Renés Bremsschläuche an seinem Auto wurden durchgeschnitten. Er ist ermordet worden. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich wusste, dass es kein Unfall war. René war so ein guter Fahrer. Der wäre doch so in ein Risiko niemals eingegangen. Ich weiß, er hat schon manchmal Dummheiten gemacht und alles. Aber er war nicht leichtsinnig. So einen Scheiß hat er nicht gemacht. Gott, was ist denn da los? Fahr dich doch runter. Der wird gleich da sein. Warte, warte. Alles gut. Was wollt ihr hier? Alter, dass ihr euch noch hierher traut? Das sind nur die Weiber. Wo ist denn der Alte? Jemand hat meinen Baby zerkratzt, Alter. Und ich trip hier gleich aus. Warten ab, Alter. Dick, komm mal runter. Geh hinter mir. Um was geht es jetzt hier eigentlich? Scheiße raus hier. Ich rede gerade. Dann klär das gefälligst. Klär das, wo der ist. Ich kläre es. Ja, du sagst es. Es geht um seinen schicken Audi. Euer Scheißauto ist uns egal. Wer hat meinen Bruder ermordet? Scheiße. Mein Sohn wurde ermordet. Seine Bremsschläuche am Auto wurden durchgeschnitten. Selbst wenn ihr es nicht wart, ihr wisst genau, wer es war. Mama, es muss einer von denen gewesen sein. Es kann nur so sein. Ihr seid Mörder. Mörder? Was denn, hä? Digga. Wovon ringen die? Alles ruhig. Ich kläre das. Alles klar? Wovon ringen die, Alter? Wir haben keine Ahnung, worin sich René verfangen hat oder mit wem er sich angelegt hat. Alles klar. Wir haben damit nichts zu tun. Ihr miesen Verbrecher. Ihr habt meinen Sohn aufgewissen. Ihr verlasst jetzt sofort das Grundstück. Und so ruf ich die Polizei. Alles gut, Digga. Die wollen die Bräule rufen. Alles gut. Verständet. Wir gehen los. Aber einen kleinen Denkzettel müssen wir da lassen. Auf Gott. Verdammte. Bitteschön. Wo ist der Wichser? Ruf ihn her und es kriegt euch alle. Und sowas kann mit... Verdammte Scheiße aus deiner Arzt. Hallo, ich rede gerade. Sowas kann mit dem Kopf auch passieren. Alles klar? Verstanden, Alter. Sag den Geschissenfahrt und dein Mann. Ich gucke ihn ab. Wie können die das wagen? Die haben meinen Sohn ermordet. Wenn Tina nicht da gewesen wäre, hätte ich mich ja auf sie gestürzt. Ich bin mir sicher, die werden schon noch überführt. Hoffentlich. In Berlin ist Jana und Ingo Reimanns Sohn eiskalt ermordet worden. Die Polizei und Anwalt Ralf Vogel fahnden nach dem Täter. Doch plötzlich muss sich Ingo für eine Sachbeschädigung am Auto des Hauptverdächtigen verantworten und den Beamten seinen Werkzeugkoffer zeigen. Ja, bitte. Dankeschön. Da fehlen zwei Schraubenzieher. Was ist das? Kann gar nicht sein. Den haben wir am Tatort in den Sträuchern gefunden. Das ist doch ihrer, oder? Ich war nie in der Nähe dieser Werkstatt, niemals. Und ich habe schon gar kein Auto zerkratzt. Sie hören es doch, mein Mandant hat nichts damit zu tun. Und wenn Sie jetzt nicht die Fingerabdrücke von ihm auch noch einen zufällig auf diesem Schraubenzieher finden, dann könnte der auch jedem anderen gehören, der irgendwann mal so ein Werkzeugzett im Baumarkt gekauft hat. Aber es ist ja wohl ein sehr großer Zufall, dass genau dieser Schraubenzieher hier in diesem Sortiment fehlt. Ist das nicht mehr als auffällig, auch für Sie? Zufall, genau. So sagen Sie, Zufälle gibt es. Ganz einfach. Und mal was ganz anderes. Die Garage, die steht offen. Die ist nicht abgeschlossen. Da kann jeder ran. Da hinten ist auch noch eine Tür. Also hätte jeder diesen Schraubenzieher aus der Garage entnehmen können. Finden Sie lieber mal heraus, wer meinen Sohn ermordet hat. Da gebe ich Frau Reimann aber recht. Denn schließlich wurde Frau Reimann und ihre Tochter von dieser Autoklicke mit einem Baseballschläger bedroht. Ja. Dem sollten Sie mal nachgehen. Dann können wir gleich eine Strafanzeige stellen. Ja. Das ist Ihr gutes Recht von Frau Reimann. Ich verstehe Ihre Wut völlig. Aber glauben Sie mir, auch wir sind daran interessiert, den Fall an Ihrem Sohn aufzuklären. Ja? So, wir sind hier fertig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Scheiße, Ingo. Wie kommt denn dein Schraubenzieher an den Tatort? Du bist doch sonst immer so pingelig mit deinem Werkzeug. Ich weiß es nicht. Ich war nicht an dieser Werkstatt. Ich habe keine Ahnung, wie das Zeug da rauskommt. Sie haben doch eben selber gesagt, die Garage steht doch immer offen. Da kann sich doch jeder nehmen, was er will, oder? Die haben sich wahrscheinlich mein Werkzeug genommen und eventuell sogar das Auto und dann diesen Oliver angefahren. Wahrscheinlich war das die Clique selber. Na ja, gut, so kann es sein. Aber was ich ganz komisch finde, dass die genau wussten, wo das Werkzeug steht. Du schiebst es doch immer so ins Regal rein. Dann haben sie es halt zufällig gefunden. Keine Ahnung. Außerdem tut mir das Knie derart weh. Ich möchte gehen. Ich möchte mich hinnehmen. Ihr Mann könnte uns ja erzählen, was er will. Aber ich finde die Sache trotzdem komisch. Da hat irgendjemand dann also ein Schraubenzieher genommen, um eine Tat zu begehen, um es dann ihrem Mann in die Schuhe zu schieben. Das kann doch nur jemand sein, der sich für den Tod ihres Sohnes peu à peu an dieser Clique rächen möchte. Und dann auch noch ihren Mann, das nicht schulschieben möchte. Und wer kann das sein? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn es keiner aus der Familie ist, dann müsste es zumindest jemand sein, der der Familie sehr nahe steht. Ich würde mich gerne mal in ihrem Zimmer ihres Sohnes umschauen. Vielleicht finden wir da irgendwelche Hinweise. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Ich bin mir sicher, dass Ingo unschuldig ist. Aber wer steckt dann hinter diesen Rach-Aktionen? Und jetzt möchte Herr Vogel auch noch Renés Zimmer sehen. Das ist ganz schwer für mich. Jedes Mal, wenn ich es bedrehte, bricht mir das Herz.